Ich muss doch einen Molli schmeißen. Ich hasse es, wenn ich sowas mache. Nice, green, you're so fucking beautiful. BAM BLAT! Ist der Traum vom Global ausgeträumt? Kann man nur noch was machen. Dies und mehr hier bei BibelTV. Unser letztes Fior Game im Livestream will leider wieder ein Luz. Der Supreme ist zwar noch da, aber ich habe jetzt wieder ein Luz im Nacken. Mal schauen! Achtung. Hello, Team. Hello, Team. Hallo. Ey. Oh je. Ich riech's, ich riech's. Den haarigen Anus des Verlustes. Jungs, habt ihr trotzdem noch? Habt ihr trotzdem noch? Keine Sorge. Hm. Die war ziemlich krass, ne? Aber wisst ihr was? Heute ist wieder Livestream. Um 18 Uhr. Heute Livestream. Kommt dazu. Link steht in der Beschreibung und dem Angepitt im Kommentar. Und im Livestream wird geregelt. Wahrscheinlich nur auf LAM. Ich glaube, das bricht mir das Genick mit dem Jungs. He's coming behind. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Scheiße. Man kann leider nicht jede Runde mehr Glück haben. Jetzt habe ich hier den Abfalleimer von Go am Start. Oh mein Gott. Mal gucken, was das noch wird. Nice. Wisst ihr, ich frage mich halt echt jedes Mal, wie solche Leute überhaupt auf die Elo gekommen sind. Die sich so anstellen. Wie gibt's denn sowas? Oder spielen die sonst auch nur mit ihren Mates, die alle so drauf sind und da läuft's dann irgendwie. Ich weiß es nicht. Das gibt jetzt wirklich eine Schwitzerei hier. Und was für Leute sind's wieder, die so hochdrehen? Hört ihr das so ein bisschen aus dem Dialekt raus? Leute, die anstatt Flash, Flash sagen. Solche Leute sind's. Die sind so fragil in ihrer Art, dass sie ausschließlich bei guten Spielzügen halt irgendwie gut gelaunt sein können. Sobald es nicht vorhanden ist. Also sobald sie in Loose einfahren, werden sie zu absoluten Hunden. Schon wieder. Purple und ich sind die einzigen, die hier nicht irgendwie einen Cock von einem Ohr bis ins andere gerammt bekommen haben. Der eine Half ist weg. Ah, sie eingefahren. Ja, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Hier ist ein Spot. Und was hat unser wunderbare gelbe Hundebock gemacht? Der wusste, dass wir keine Zeit mehr haben, die Bombe geplantet werden muss. Er geht nicht mit dem Planterich auf den Spot. Yellow, can you drop, please? Oh mein Gott. Okay, thanks. Oh mein Gott. Guckt euch den Abfalleimer an, wie er da rumläuft mit seinen 7K in der Tasche und einer AK. Zwei Leute haben keine Waffen. Er hätte easy für den Rest kaufen können. Oh mein Gott. Und Orange ist scheinbar nicht viel besser. Forklift. I think he's low. I'm rushing forklift. Forklift is down. Okay, come schon, come schon, come schon. I'm gonna stay main. Da Purple und ich nicht tilten, kann die Sache vielleicht trotzdem geholt werden, indem wir immer wieder für Ruhe sorgen. Oder bitten. Bitten. Mehr als bitten kann man hier nicht. Sorgen, schwierig. Sunroom. He's down. Who wants to play up? Sorry, I was too slow. Ähm, gut. Gut, okay. Jetzt werde ich dem Kollegen droppen. I can drop you purple. Purple und ich und Blau. Blau scheint auch noch normal zu sein. Wir müssen das irgendwie retten. Die zwei. Wenn irgendwas Schlechtes läuft, die beiden. Smoke is out. Main, we're coming. Oh mein Gott. Main is coming. Komm schon, zeig, welches uns jetzt Aktion hinter deinen saudumm Worten. Also immerhin. Also er hat jetzt immerhin die Runde geholt. Ja, gut gemacht. Aber er zerstört eben auch unten mit seinem Verhalten. Aber hey Leute, wie läuft es bei euch? Wie ist euer Tag? Kommt ihr später in den Stream oder jetzt gleich um 18 Uhr? Habt ihr Bock? He's close. He's down. On the kill on B. Ah, nice. I think B is clear now. Three kills on B. Und er hört selbst auf nichts. Can you drop, please? AK? Hello, can you drop, please? Thank you. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der schießt mich an. Hilfe. Kamado suck. Nice. One was Cat. Cat is down. I'm playing for events. Es ist nervlich echt eine ganz andere Sache. Mit solchen, Knödeln arbeiten muss. Ich glaube. Behind. So, Orange Drop. Das ist ein ganz guter. Ein richtig guter. Gelb droppt er nicht wirklich. Er will die Waffe ja wieder zurück haben. Mit down. Also alles in allem. Jetzt wo der erste Schreck verdaut ist. Er hat mein Freund gesagt. Er bessert sich. Würde ich sagen. Da geht schon noch was. Der Win ist jetzt nicht ausgeschlossen. Aber ich denke, er ist jetzt halt auch nur besser drauf, weil wir jetzt ein paar Runden gewonnen haben. solche Leute mit diesem mit dem my friend mit dem Temperament die sind halt natürlich, wenn man verliert, auch oben raus direkt. Wo andere, Purple und ich, die coolen, sagen She happened with you. She happened. Bei einer richtigen Loose-Spirale ist das dann nämlich noch weiter spiralisierend. Da geht es dann immer tiefer in den Loose. Behind is coming. Gunna, gunna. Alter, Drop me AK. Schon wieder, wieder die scheiße AK haben. I think one is close, mit. Ah, he's on roof. He's on roof. Jawohl, jawohl. Kommt sie durch, Jungs. Zu meiner eigenen Frage vorhin, wie die auf die Ranks kommen. Wenn die in einem Team sind oder ein Gegner-Team haben, bei dem sie halt direkt am Anfang zwei, drei Runden gewinnen, dann kommt dieser Hate von ihnen. Dieser pure Hass, der in ihnen schlummert, wohl auch gar nicht so stark raus, weil sie ja eh erst mal am Gewinn sind und deswegen auch guter Dinge sind. Aber wenn es so wie hier halt erst mal schlecht aussieht, Alter, schau dir mal vor, wir hätten auch weiter verloren. Der, 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 der disconnected wird, der hätte die Maus wahrscheinlich zerbissen. Und sowas habe ich schon mal live miterlebt, wie jemand sein Headset-Mikrofon abgebissen hat. Mhm. Abgekaut. Also, es kann alles passieren, wenn man nur ragig genug ist. Äh, so. Gut, 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 gut. Alrighty, then. Falls wir hier wieder einen Win einfahren sollten, wünsche ich mir bitte heute Abend dann auch einen Win im Allgame. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Okay, was, was, was machen wir jetzt hier? Ich warte kurz, dass meine Smoke offen ist, sir. Maybe Connector, sir. He's down. Car, Molly. I'm planted for main. He's coming. He's toxic. On spot. Maybe? Okay, also von den Punkten her 32. Ja. Jetzt muss er aber nicht drauf rumreiten. Purple. Auto-Sniper. Auto-Sniper. What are you doing? Oh, scheiße. Main is coming. Good health. Geht. Geht in Ordnung. I go away. Ich hoffe, dass jetzt alle Punkte abkommt. Come Purple zu mir, bitte. Oh, nein. I don't wanna be alone. Incoming. One more. Incoming. Incoming, dude. Was ist mit ihm los? Das muss ein richtiger Choleriker sein. He's off. At least. He's going, Carl. I've got defuse. Oh, my God. Ehre genommen. Main steps many. I think they're rushing me. Yes, it's the same. Oh, nein. Ist die Waffe leer, Labernet. Geld, bitte. Verarsch mich nicht. Wer war schuld? Der Retter der letzten Runde ist der Verkacker der nächsten. Ich stehe mit P90 close an dem scheiß Türchen. Hättet ihr alle umhusten können. Was mache ich? Ich muss doch ein Wolli schmeißen. Ich hasse es, wenn ich sowas mache. Ich schmeiße ein ganz leichtes Ace. Oder zumindest einen hundertprozentigen Teamwin. Eine Runde schmeiße ich einfach weg mit sowas. Richtiger Magnus. Was war das, Mammut? Mammut, da hast du eindeutig ein Ründchen weggeworfen. Oder zumindest ein Live. Du Dödel. Ja, one highway. Nice rush, nice rush. What? Was war's für? Fucking idiot, Blue. Go play. It's working, bro. He's coming, me. Don't listen to him, Blue. He's on B. He's planting. Nice try green. Nice try green bei mir und die anderen flamen dazu. Was ist mit ihm los? Aufgrund seiner Art würde ich jetzt schon fast gerne das Spiel verlieren. Einfach um diesen Dödel, den Loose reinzudrücken. Aber, ja. Dann ist halt mein Rank auch irgendwie im Arsch. Er ist halt so energisch. Er wäre wirklich ein guter Spieler, weil er schon am Aimen ist. Wenn er nicht so ein Hund wäre. Jeder Teamleader. Jeder vernünftige Teamleader. Oder jedes vernünftige sonst was Team. Falls er sowas jemals vorhätte, würde ich direkt sagen, raus. Mein Vorlinein. Mit der, äh, mit dem Verhalten. Ab. So, jetzt haben wir ein Full-Band, jetzt sind wir hoffentlich dick am Gewinn. One is quickie A. Nice, he's down. At least two in A main. Oh. Okay. Another one in A main. Yeah, I'm rotating. I think A main is rotating too. One is mid. Yeah, it's mid and A. Nothing B. Okay. Boys, it's B! He will nicht, dass ich ihn am Scoreboard überhole. Weißt du, deswegen führt er mich in die Irre. Geh mit dir einfach. Das passt schon. Da ist bestimmt kein Gegner. Okay. Incoming. I'm rotating. Nice. Nice blue. Go, 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 go. Come, 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 come. I'm nading side. Okay. Let's go. Sorry, sorry. I can't see him. Nice. Waiting for the Mully. Au. Wuuu. Yeah, I blocked him. I blocked his Nate. It's my fault. Nice green. You're so fucking beautiful. BAM BLAD. Vielleicht has der gewisse Farben einfach nur. Und ich bin zufällig die Farbe, die er liebt. He must be alone on B. I'm the one on B. The other one is mid. He's down. Okay. I'm coming, I'm coming. Wait for me, Blue. Oh. Okay. Yeah, I'm going. I'm going. Where is he? Go, 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 go. Nice. Go, 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 go. I'm going, dude. Don't worry. Have that easy. Exactly. Good work, guys. Meine Güte. Meine Güte. Ich hab noch nie so'n hektischen Spiel gehabt. Boah. Da war ein bisschen eingesperrt, das 4-Line. So, na also. What do you want? M4? Blue, there's another weapon for you on the earth. Also, das Team ist echt ganz besonderes. Jawohl, die 50 Punkte sind auch drin. So, Jungs, mach den Deckel drauf. Ich hab genug. Nice. Heilige Scheiße, oder? Jetzt passt mal auf die Ranks auf. Da sind sicherlich ein paar LMs dabei, ne? Weil ich schon Richtung Downrank gegangen bin. Nehme ich an. Show me them Ranks. Ja. Oh, wow, wow. Da ist sogar ein LE dabei. Also, das heißt, ich stand wirklich so kurz vorm Downrank. Wenn das jetzt verloren gewesen wäre, Downrank. Ja, aber wie gesagt, mit 56 Punkten kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Wir müssen jetzt halt nur auch gleich im Livestream das Highgame gewinnen. Dann ist der Weg geebnet. Aber das sind logischerweise auch etwas schwerere Gegner, weil wir da meistens aus dem Team komplett aus Supremes und mit einem oder zwei Globals bestehen. Also, da haben wir natürlich schwere Gegner, wie die gerade eben. Haut rein! Wir sehen uns gleich im Livestream. 18 Uhr geht's los. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Bis gleich, ja? Ciao, ciao. Ciao, ciao.